Ich verstehe nicht, warum er jetzt... jetzt so lang nicht mehr und jetzt plötzlich... Es tut mir wirklich so leid, dass du das alles miterleben musstest. Du bist nicht schuld. Doch, ich hätte einfach direkt nach Hause fahren sollen. Ich hätte früher da sein sollen. Gott sei Dank warst du da. Ich bin schuld. Nein, es war gut, dass du da warst. Es war gut, dass du die Rettung gerufen hast. Keine Ahnung, was sonst gewesen wäre. Ich wollte einfach nur Spaß haben. Und dann ist alles eskaliert. Du bist nach Hause gekommen. Du hast ihn so gefunden. Du hast die Rettung gerufen. Ich finde einfach ein Stück Scheiße. Meine Familie findet mich scheiße. Meine Freunde finden mich scheiße. Aber ich finde mich scheiße. Es gibt niemanden... Es gibt niemanden, der mich nicht hasst. Nein, ich finde dich nicht scheiße und ich hasse dich nicht. Schlag mich. Nein! Schlag mir bitte ins Gesicht. Nein, hör auf! Du liebst jeden gleich abgöttisch, der dir irgendwie Aufmerksamkeit schenkt. Tut mir leid. Schlag mir bitte ins Gesicht. Und dann schenkt die Rettung. Und dann schenkt die Rettung. Was zum nächsten Mal.